ARD Text im Auftrag von Funk Da habe ich nicht mehr daran gedacht. ARD Text im Auftrag von Funk Hm... Ja... Canadian... Hey! Ich bin Canadian. Hä? Diesmal bin ich Canadian. Ah ja, Cypher dann. Ja, wirklich. I'm not lying. I'm a Canadian duck. Hello. ARD Text im Auftrag von Funk Das war jetzt fast ein Krampf, das Ding rauszuholen. Achso, das war eh doof. Ich meine Agrikultur noch. Nein. Ich habe gesagt Agrik... ...Kultur. ...dass sie rauszuholen. Lümm! Lümm! Der Planet! Hi, du Planeten! Was? Ich bin der Planeten am richtigen Ort. Es ist mega strange, weil sie müssen kleiner sein als die strichelte Linie rundherum. Ja, aber du merkst, dass sie rastet, wenn sie nicht rastet. Ja, stimmt. Das ist mir nach dem zweiten Versuch aufgefallen. Ja, super. Und es stimmt übrigens nicht, dass er Kanadier ist. Nur, dass ich es gesagt habe. Wieso? Weil ich es bin. Verdammt! Heute im Sonntagabend ist der Odovizio mit seinen... Hallo, glaub nix! Ich habe gemeint, als Sheriff würdest du sehen, wer... Oh! Oh, jetzt haben wir... Jetzt geht es zusammen. Ich will nur noch gewinnen, jetzt schade. Dann wäre es mega schön gewesen. Oh! Also... Ein Typ Attack, mich besser nicht killen. Dann kannst du auch noch blöffen und selber Attack sehen. Willst du jetzt sagen, wo sie ist? Wo war sie? Hallo! Hallo! Oh? Ah so? Ich? Nein? Nein! Doch du hast eine Rep... Ah! 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 Du bist ein Marsch! Ich kann es nicht erkennen, ich bin der Kanädien. Du bist ein Marsch, Junge! Ja, dann wotet ihr mich, dann verriert ihr! Es tut mir leid. Das tut mir leid. Ich sage ja noch extra, ich bin der Canadian, also kann es gar nicht ich gewesen sein. Ja, du kannst auch noch blüffen. Das hast du 100 pro Meloni wieder. Ich tippe auf den... Warum gibt es eigentlich Gin aus einer Kartonschachtel? Kann mir das mal jemand erklären? Random ausgewirrte! Weisst du, was du sagst? Ich habe gemeint, als Sheriff können wir sehen, wer böse ist. Nein, nein, nein. Dann habe ich extra gecheckt, weil man hinten nach ist. Und dann ist es gut gewesen und dann killt er mich gleich. Nein, der Detective sieht nur, wenn in dieser Runde schon jemand gekillt worden ist, kann er nachschauen. Also wenn du ihn kontrollierst und es ist in diesem Moment ein enges Gesicht, dann heisst das nur, dass in diesem Moment noch niemand gekillt hat. Das heisst nicht, dass er wirklich nicht der Duck ist. Und dann hat es den anderen, der vor Detektiv war, gewusst, dass du vor mich gekillt hast. Weil du ja gerade vor mich gekillt hast. Wer war das? Aha, wo ist er? Wir sind am Arsch. Was ist? Ja, nur zu sagen, wir sind am Arsch. Wo ist der Knopf? Aha, der war bei der Bridge. Wo hast du gesehen? Wo war der Bridge? Äh, auf der Seite. Ich bin gerade rechts. Nein, direkt links. Ich bin gerade rechts. Wow. Ja. Ja. Ich werde euch die Tasks lösen. Und warum gibt es eigentlich Gin aus einer Kartonschachtel? Kann man das mal erklären? Also die Flüssigkeit ist in dieser Kartonschachtel. So ein quadratisches. Eine Schachtel, wo du auf der Seite aufreissen oder die Gin lernen kannst. Why? Nein. Warum lenkt er ab? Also es gibt noch mehr. Für was war das jetzt gut? Damit er nicht fragt, ob der Gin in der Kartonschachtel ist. Und dass man am Arsch sollte. Hey! Uh, jetzt hat man nicht geskippt. Er hat geskippt den Waren in den Puten. Everyone is safe. Niemand hat es doch geglaubt, Robi, dass du Canadian Groose bist. Nicht einmal, wo du umgebracht worden bist. Ja, weil es den Melonenkopf so pushen tut. Ja, aber er ist nicht einmal. Er isst nicht einmal. Das ist ja der Witz. Ja, nein. Ich bin einfach irgendwie sein Lieblingsverdachtsfall. Es ist eigentlich auch schon bei Among Us. Die Leute können ja nicht weiter überlegen. Wenn es so ist, okay, jemand hat sich selbst reportet, dann solltest du gar nicht inklusiv nicht lernen. Okay, ja, dann wäre es der Assassin. Ja, exakt. Aber wir haben alle Rollen reingeschmissen, ohne zu erklären, was die Rollen machen. Ich habe extra auch noch gefragt, was machen die Rollen. Aber der Rest ist selbst erklärt. Ja, nicht ganz. Ich glaube nicht, dass alle wissen, dass es der Assassin gibt, der die Körperlater verschwinden. Genau. Macht übrigens, wenn ihr tot seid, oder sonst was immer für die Toderrolle und seid ihr trotzdem eine Bug-Quest. Dann könnt ihr nämlich noch ein paar Teile finden. In Frankreich kannst du sonst die Leute nicht finden, wenn sie sie nicht finden. Ja, bin ich wieder da. Hey! Ich muss es nicht machen. Ich bin Dodo. Ich müsste es eigentlich nicht machen. Ich mache es trotzdem einfach. Ja, ich bin wieder Dodo geworden, genau. Genau. Ich höre nicht, was er für eine Durchsage macht. Ja, mega schade, oder? Das wäre zum Schönen, dass du eine Durchsage machen kannst. Oh no, das ist... Der Melon! Melon, du Arsch! Was? Ich sage noch, ich kann es nicht sein. Ich sage noch, ich kann es nicht sein. Ich bin der Dings da. Der Canadian. Der Dings da. Hat trotzdem niemand geglaubt, dass du der Dings da warst. Let's go! Go, 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 go! Oh Gott. Eine Minute ist gerade gut. Ja, das hast du vergessen. Ja, das hast du vergessen. Ich spreche. Ich nehme dich kurz. Das ist alles schön. Da geht's nicht kreffen. Äw ich habe dich also nicht, vergangenen. Ich bin dritt, doch das hier auch nicht krank. Ich habe mich recht, dass du immer wussten. Frechst du sonst als ichаться, dass du nach und bis zum Schönen rechstあっest. Dualst habe dich. Ja, es sei mir etwas. Mann. Und ich bin fast nicht. Ja, das ist viel zu sehen. Ich glaube, ich bin hier nicht zu viele Lasster ein. Ich habe keine Chance gehabt. Oh nein! Das ist nicht so ein optimales Modus. Der ist eigentlich dazu ausgelegt, dass der Tag schlussendlich gewinnt. Aber es gibt wenig als Rübermünze. Aber es gibt einfach mega wenig. Das ist halt das Deprimierende daran. Es ist wirklich schade, dass es noch so wenig gibt.